Wir hören zu Robin Grossmann. Er hilft ja mit, dass die Null immer noch stehen. Ja, wir haben eine weisse Weste hinten durch. Robin, wie erleben Sie den Zürcher Angriff aus der Perspektive? Es ist ein abnütziges Kampf. Ich glaube, sie haben ein sehr gutes Vorchecking. Es setzt uns gut unter Druck. Wir haben momentan gute Lösungen. Wir bringen die Schiebe relativ schnell aus den Zonen. Wir können so relativ viel Druck wegnehmen. Aber jetzt haben wir wieder eine dumme Strafe genommen. Es ist wichtig, dass wir sie killen können. Ja, genau. Piek hat bis jetzt auch gut funktioniert. Sie schützen das Goal gut. Und vor allem der Goalie, der heute ein anderer ist. Was hat das für einen Einfluss auf das Defensivspiel? Ja, sicher war der Jorn lang verletzt. Es ist nicht einfach für ihn. Aber wir versuchen ihm zu helfen, so gut wie es geht. Wir versuchen, den Schuss zu blocken. Wir versuchen, mehr in der Offensivzone zu spielen. Kompakt in der Mittelzone, dass sie gar nicht zu guten Abschlussmöglichkeiten kommen. Und ich glaube, bis jetzt ist es uns gut gelungen. Vielen Dank, Robin Grossmann.